Hallo lieber Hoven, ich wünschte dieser Anlass, blieb uns erspart, aber diese Welt ist kranker. Du wirst als zelt in unserer Erinnerung sein, tauschtest dein Leben für unsere Sicherheit ein. Verdammt, um muss es gehen, weil diese Politik sich auch nach 80 Jahren viel zu tolerant gibt. Und ja, wir sind im Land, das alle Menschen schütt, wo ein friedliches Leben grad nicht möglich ist. Doch wie kann es sein, dass man vor Kriminalität flüchtet in ein Land und es dann dort genauso lebt? Ich wünsch mir einfach nur Akzeptanz für anderes Denken, denn Hass steckt niemals in der Religion, sondern in Menschen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!